Also, liebes Andro, wir machen mit dir jetzt ein Kuh-Quiz. Ui. Wir geben jetzt eine Liste. Deine Aufgabe ist, mit dieser Liste stolz zu gehen und möglichst alle Kühe zu merken. Wir werden heute Abend mit dir auf die Alp gehen und dort musst du die Lieblingskühe von den Kindern und von Toni erkennen. Okay, ja. Ist das gut? Das ist okay, ja. Also, das schaffst du. Das schaffe ich, ja. Ah, es kommt schon irgendwie. Ui nein. Sie sehen ja alle gleich aus jetzt. Das ist ja von Papi, nicht? Ja. Ist das Pascal? Ja. Scheiße. Das ist vor, 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 vor... ...Lina. Ja. Die Dick-Schwanger. Ja. Ja, die. Ja, die. Okay, einer. Ja, okay. Das ist ein Paula. Meine Lehrerin ist Kuh. Nein, okay. Scheiße. Achtung. Ja, ich bin so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. Und der kann auch gleich? Ja. Und nein, die habe ich nicht gerne. Das ist deine, der Zwing. Pascal. Ja. Stimmt's? Ja. Denn... Jetzt muss ich nur noch die vom Tim. Die haben einen komischen Namen. Alida heisst sie. Wo ist Alida? Das ist Alida, gell? Ja. Jetzt habe ich Alida. Alle gewusst. Ich kann mich noch nicht alles. ний� des Minutes gegen dich ausbreiten. Ich Śrverbklage perinen Tonね. Und wo wird sind ja auch? Und irgendwo muss ich alles direkt, gerät zu sein.